Herzlich willkommen zur Scratch Challenge. Hier kannst du dein eigenes Plattformer-Game programmieren. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir eine Programmiersprache zeigen, die Scratch heißt, mit der du sehr einfach tolle Programme machen kannst. Scratch kannst du entweder online nutzen, dazu gibst du es in die Suchmaschine ein. Und hier beim MIT ist die Scratch-Seite. Wenn du es online nutzen möchtest, bitte deine Eltern, dich hier bei Scratcher werden, anzumelden. Ansonsten kannst du sie auch bitten, weiter unten unter Support und herunterladen, dass sie dir für deinen Rechner eine Scratch-App installieren. Dann kannst du Scratch auch ohne Internet nutzen. Die Scratch Challenge geht fünf Tage lang, um ein Spiel zu programmieren. Dazu gibt es fünf Erklärvideos, die du online ansehen kannst. Die Idee ist, dass du gleichzeitig selber programmierst und so dein eigenes Spiel erstellst. Dazu kannst du den Anweisungen im Video folgen, kannst gerne das Video jederzeit anhalten, vor- und zurückspulen. Zusätzlich werden wir fünf Zoom-Meetings machen. Da kannst du dann deine Fragen stellen. Die Einladung dazu erhältst du separat per E-Mail. Bitte deine Eltern, dich anzumelden, hier auf der Website, dann bist du dabei. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Bis dann!